So, willkommen zu Pop und the Creep, the Creep, the Creep, the Creep, the Creepal Version. Krass, aber das an die Beine. Creepy. Oh, ähm. Oh, oh. Mist. Wartet kurz, ich muss die Steuerung machen. So, hab die Steuerung nicht gemacht. Uff. Äh, wie tappt man das nochmal? Option, Emulator, Safe-Type. Option, Emulator, Safe-Type. Ja, ich hab's jetzt gerade umgelöst. Na, fluch! Hatsätt nicht. Ich hoffe, ihr Leute genießt dieses Spiel so, wie wir's gemacht haben. Das ist Beta 3.1, was schon 99% komplett, komplett Remake von Crystal, von Gameway ist. Nun zum Kredits. Mit Che, mit Che L1, mit bla 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 bla, et cetera. Mit dem Kred... Und jetzt, wenn die Kredits wird, und jetzt, um... Ah, vergesst es. So gut, kann ich hab's nicht überlegt. Mit die Kredits dann, a little bit of what's to come. Dieses Spiel ist ein Remake von Pokemon Crystal, welches in, äh, Yotto und Kanto und... Und... Hä? This game is a Remake of Pokemon Crystal, which is Yotto Kanto in den... Valencia Island, oder? Achso. Also, erinnere dich, erinnere daran, alle Books zu reportieren, auf den Film. Ja, gewisse das Spiel und ich werde jetzt den Rest zu Professor Eich überlassen. Okay. Ich werde nicht alles lesen. Ich kann wenigstens für 15 Minuten abladen, wenn es höher ist, dann kann ich es nochmal abladen. Außerdem 2 GB, ja, das lassen Sie sich auch nicht draufladen. Wie ich schon bei einem anderen Display, den ich noch nicht aufgeladen habe, die Länge der Zelda Windweg ist gesagt, aber ich werde ja nicht bei Newsletter. Sondern im Warnladen. Na ja, wir können ja schon loslegen, und... ...nette Spreit. Ich habe schon so viel, ich habe nur noch so viel Bär, Super Smash Bros. Voll-Hack verbracht, da ist es wieder zum ersten Mal, dass ich so einen Hack gesehen habe. ...ist es wieder zum ersten Mal. ...siehst du das? ...siehst du das? ...wann die Hälfte nicht funktionieren, dann hat keine Zeit passierenden Events, na und? Falls ihr Lust habt, könnt ihr mir all die Events verraten, außer das dunkel-helle Zettel. Es ist jetzt 11.52 Uhr. Blöde Uhr. Ja, ich weiß. Das ist so lange her, dass ich so ein Hack gespielt hab. Ich hab Togemon gespielt. Ging's um, aber das nächste war eigentlich nur Pokémon zum Gelder. Und der Text Pokémon zu Togemon. Ja, ja, ich kenn mich, kenn mich so raus. Zwinkertzwinkern. Oh, ich kenne sich nicht so richtig. Ah, neue Sprecher, den tiefen da oben, ne? Da wollte ich gerade in Überlaufen. Wow, das hat's also von selbst gemacht, hab ich nicht gewusst. Ich kenn mich schon damit aus. Ähm... Klar, von mir. Wirklich, falls ihr schon mal ein Pokémon-Ziel herkennst, wieder ein Lieder, das ich noch nicht aufgeladen habe. Und zwar vom Pokémon-Weiß-Deluxe. Ich geh in den Naka. Ich tue niemals meine Pokémon mit irgendwelchen Attacken die Barriere oder so verstärken. Das interessiert mich nicht. Ähm... Nein. Ähm... Ähm... Ich kann nicht mehr geben. Mir fällt kein rein. Ich beobachte dich, Elm! Wir zählen, der war das! Oh, Mann! Ist das ein cooles neues Extra! Ah, kommt nicht Elms Telefonnummer. Ja, ja, Elm, danke bla bla bla. Ah, der Anfang ist echt blöd! Danke! So, und jetzt lasst uns weitermachen! Häh? Zu was, ich glaube, wir müssen uns erstmal in der Lebenszeit aufreiten. Los geht's! Los! Ich schaue! Los! Ich schaue! Ich schaue! Oh, sie gestrehen mir noch nicht umgehen. Mist! Ich will nicht so Ländchen! Kann ich so Wander? Nein! Blöd! Ich muss mit dem Steuerkreuzwunder irgendein Arm. Han hat also den Filmhexe guckt man, wie sie das dann wieder auf den Garten sind. Äh, okay. Das hier ist eher eine aufgetutschte Version vom Kristall. Ah, warum macht das Nintendo nicht einfach mal gucken? Und Kristall, äh, in diesem Kristall, äh. Okay, ist kaputt. Und Hartwold, Sol, Silber. Was könnte man wohl Kristall nennen? Weil die Kristall schon, äh, übernommen wurde. Und Pfeffelkommamein. Ah, das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Chitobica, Indiebe, Weiblich. Auch, auch egal. Los, Treppe! Das war's, Lippchen. Auf Wiedersehen. Ha! Mama Mia, ist der Text langsamer. Was, was, das gibt nichts, um es zu schaffen. Wow! Ich spiele kurz ein Laute hier. Ich habe gesagt, ich habe kurz eine gestoppt. Als ich das nicht gemacht habe. Und ich weiß nicht weshalb. Mama Mia. Da sind wir hier. Ich glaube, es wird nur noch ganz sicher. Es sollte wegen dem Tor, weil es bis hin ist. Hey, die Musik inne. Ich finde schon was, guck mal. Wie geht es nur in der Verstattung? Nun ja, ich glaube, jetzt ist alles schon ein bisschen ausgesagt. So, ja. Sorry deswegen, aber es muss einfach sein. Oh, jetzt ist das langsam. Wenn ich das so fuhr, werde ich nicht nur noch was machen. Da bin ich mir ganz sicher. Hey, zwei Sennelbeeren, klar. Yes! Was? Ich frage nicht, wie Sie überhaupt diese Bents im Feuerrot-Blatt-Grün machen. Ich frage nicht, wie Sie überhaupt diese Bents im Feuerrot-Blatt-Grün machen. Ich frage nicht, das Feuerrot-Blatt-Grün machen. Das geht noch gar nicht, diese Bents ist hier noch für Tobin oder nicht? Seltsam. Wann bin ich mal in Haus? Äh, ja, ja, nein bin ich nicht. Von mir aus. Sorry, das muss einfach sein. Ich meine, bis jetzt liegt mir so ein alter Herr. Niemand. Na gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal.